Könnt ihr euch noch aufraschen? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sonnerausgabe von Das beste Wetter heute vor dem Grabmal des großen Hoppnisten Giacomo Rossini. Ich heiße nicht Giacomo, der heißt Giacchino. Giacchino? Ja. Giacchino Rossini. Draußen regnet es schon, es war den ganzen Vormittag schwül, drückend, heiß und mal sehen, wie es nach dem Regenguss wird. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag.